Die Aufgabe besteht darin, alle Teilströme und Teilspannungen folgender Schaltungen zu berechnen. Dazu muss der Schaltplan zunächst vollständig beschriftet werden. Man beginnt mit den Strömen, da sich später die Spannungen nach den Strömen richten. Sind die Ströme festgelegt, werden alle Teilspannungen eingezeichnet. Die Richtungen der Spannungspfeile über den Widerständen entsprechen den Richtungen der Strompfeile, Spannungen werden von Plus nach Minus gerichtet. Es ergeben sich drei unabhängige Knoten. Dazu kommen drei Maschen. Die Umlaufrichtungen der Maschen müssen aus der Zeichnung ersichtlich sein. Anhand des vollständig beschrifteten Schaltplans können die Gleichungen für das System ermittelt werden. Für den Knoten 1 ergibt sich Dabei gilt, in den Knoten einfließende Ströme werden positiv gewertet, aus den Knoten herausfließende Ströme werden negativ gewertet. Die Summe aller Ströme in einem Knoten ist 0. Für die weiteren Knoten ergeben sich folgende Gleichungen. Für die Masche M1 ergibt sich Dabei werden Spannungen in Umlaufrichtung positiv gegen die Umlaufrichtung negativ gewertet. Die Summe aller Spannungen ist 0. Für die anderen Maschen ergibt sich An den Ohmschen Widerständen gilt das Ohmsche Gesetz. Mit dem Ohmschen Gesetz können die Spannungen in den Maschengleichungen durch Ströme ersetzt werden. Alle bekannten Größen werden eingesetzt. Variablen kommen nach links, Konstanten kommen nach rechts. Auf dieselbe Art und Weise verfährt man mit den übrigen Maschen. Alle Gleichungen werden nun zusammengefasst. Sie bilden ein lineares Gleichungssystem. Das LGS kann in Matrixform geschrieben werden. Das Gauss-Verfahren führt zur Lösung. Aus der Lösung in Matrixform können die Teilströme abgelesen werden. Mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes lassen sich aus den Teilströmen die Teilspannungen berechnen.